Hallo deutsche Radsportfans! Ich bin jetzt hier in Tel Aviv und wir werden am 11. Dezember um 10 Uhr nach eurer Zeit einen Livestream haben für die Teampräsentation von der Israelien Cycling Akademie. Ich hoffe, ihr habt nichts anderes zu tun und werdet euch das angucken. Dort wird das ganze Team vorgestellt und viele andere Sachen werden dort passieren. Ich hoffe, wir sehen uns dort und natürlich auch das neue Trikot. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.